Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Heute wird es Zeit für mein Review des Samsung Galaxy M51. Genau, das ist das Smartphone mit dem 7000 mAh starken Akku und das ist gleichzeitig natürlich auch das große Highlight. Aber auch die restliche Ausstattung kann sich durchaus sehen lassen. Es hat eine Quad-Kamera, es hat natürlich ein OLED-Display, aber auch einen Qualcomm-Prozessor und noch vieles mehr. Ob die Akkulaufzeit wirklich so umwerfend ist, wie zu erwarten war, ob das M51 auch sonst überzeugen konnte und ob es den Preis von aktuell etwa 370 Euro wert ist, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Bevor es jetzt gleich mit dem eigentlichen Video losgeht, geht aber erstmal noch ein riesiges Dankeschön an Marshall, die dieses Video hier gesponsert haben. Sie haben mich darum gebeten, euch ihre neuen Monitor 2 ANC Kopfhörer zu zeigen, die ich in den letzten Wochen natürlich ausprobieren konnte. Mein persönliches Highlight ist neben der guten Soundqualität ganz klar das Design, die Verarbeitung und der Tragekomfort. Man erkennt hier sofort, dass es ein Marshall-Produkt ist. Die Kopfhörer tragen sich super angenehm und lassen sich dank der flexiblen Scharniere super kompakt zusammenfalten. ANC, also aktive Geräuschunterdrückung, ist natürlich auch mit an Bord. Und die Kopfhörer können entweder via Kabel oder natürlich über Bluetooth mit eurem Smartphone, Tablet etc. verbunden werden. Für Android und iOS gibt es die Marshall Bluetooth App, in der ihr unter anderem drei Equalizer-Profile konfigurieren könnt. Entweder wählt ihr aus einer der vielen Vorlagen oder ihr konfiguriert das Ganze selbst. Das ist wirklich sehr umfangreich. In der App könnt ihr dann auch die super dezent gehaltene M-Taste konfigurieren. Über die kann man unter anderem eure Equalizer wechseln oder aber direkt den Google Assistant oder Siri starten. Über die Power-Taste könnt ihr dann natürlich auch die Lautstärke steuern, Songs skippen und so weiter. Mir haben die Marshall Monitor 2 ANC echt gut gefallen und ich packe euch natürlich einen Link in die Videobeschreibung, falls ihr euch noch genauer über die Kopfhörer informieren wollt. Jetzt aber ab zum neuen Galaxy M51. Dass ein Smartphone mit 7000 mAh starkem Akku weder besonders leicht noch großartig handlich ist, dürfte niemanden wirklich überraschen. Ich finde es trotzdem beeindruckend, was Samsung hier geschafft hat. Mit einer Gehäusedicke von 9,5 mm und einem Gewicht von 213 Gramm liegt das Galaxy M51 sogar besser in der Hand als etwa ein Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi Note 10 Lite oder das Poco X3 NFC. Die haben aber alle einen deutlich kleineren Akku. Man weiß auch beim M51 definitiv, was man da in der Hand hat und eine Einhandbedienung ist oft nicht mehr möglich. Aber die 7000 mAh merkt man dem Gerät auf keinen Fall an. Wer große Smartphones mag, der muss sich hier also keine Sorgen machen. Samsung verbaut ein 6,7 Zoll großes Super AMOLED Plus Display, das mit 2400 x 1080 bei etwa 385 ppi auflöst. Unterbrochen wird es nur von einem kleinen Punchhole, in das die 32 Megapixel Frontkamera integriert wurde. Das Display ist flach und die Ränder sind für ein aktuelles Mittelklasse Smartphone angenehm dünn. Der Rahmen besteht aus Kunststoff in Hochglanzoptik und fühlt sich nicht besonders hochwertig an. Links finden wir einen Slot, in dem sowohl zwei Nano-SIM-Karten als auch eine MicroSD-Speicherkarte, mit der ihr den 128 GB großen internen Speicher erweitern könnt, Platz finden. Das gibt auf jeden Fall wieder Pluspunkte. Powerbutton und lauter Leisewirbel sitzen dann auf der rechten Seite. Beide könnten für meinen Geschmack etwas weiter unten sitzen. Man gewöhnt sich aber dran, der Druckpunkt ist ordentlich. In den Powerbutton hat Samsung außerdem einen Fingerabdrucksensor integriert. Anders als etwa beim Galaxy Z Fold 2 funktioniert der hier ziemlich schnell und zuverlässig. Ich war echt zufrieden. Auf der Oberseite befindet sich dann nur ein erstes Mikrofon und auf der Unterseite finden wir nebeneinander einen 3,5 mm Klinkenanschluss, den USB-C 2.0 Port, ein weiteres Mikrofon sowie den Mono-Lautsprecher. Der wird ziemlich laut und liefert trotzdem einen klaren Sound. Ich war zufrieden und finde, dass man in der Preisklasse noch nicht unbedingt einen Stereo-Lautsprecher erwarten kann. Gegen das Eindringen von Wasser oder Staub ist das M51 leider nicht zertifiziert. Die Rückseite besteht leider ebenfalls aus Kunststoff in Hochglanzoptik. Dass man hier auf Kunststoff und nicht etwa auf Glas oder Metall setzt, macht absolut Sinn, sonst würde das Gerät nur noch schwerer werden. Aber eine matte Rückseite hätte mir deutlich besser gefallen. Die Hochglanz-Rückseite ist einfach extrem anfällig für Fingerabdrücke, aber auch für Kratzer. Da darf man für 370 Euro doch mehr erwarten. Auf der Rückseite befindet sich dann auch schon die erwähnte Quad-Kamera, die aufgrund des etwas dickeren Gehäuses nicht hervorsteht. Definitiv auch ein Vorteil. Samsung verbaut eine 64 Megapixel Hauptkamera, eine 12 Megapixel Weitwinkelkamera, eine 5 Megapixel Makrolinse und eine 5 Megapixel Kamera für Tiefenschärfeinfos. Was die Kameras so drauf haben, schauen wir uns gleich natürlich noch ausführlich an. Vorher gehen wir aber erstmal noch die restlichen Specs durch. Das M51 kommt natürlich mit Android 10 und Samsungs One UI in der Version 2.1. Der Sicherheitspatch meines Testgeräts ist aktuell vom August, das geht noch in Ordnung. Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 730G Octa-Core mit maximal 2,2 GHz zum Einsatz. Dazu gibt es 6 GB RAM. Softwaretechnisch sieht hier eigentlich alles genauso aus wie bei Samsungs 2020er A-Reihe. Die Gestensteuerung, das geniale Always-On-Display und alles andere, was Samsungs One UI sonst noch so auszeichnet, sind mit dabei. Das schließt dann leider auch etwas Bloatware wie Spotify, Netflix oder die Microsoft Office-Apps nicht aus. Performance-Technisch kann das Galaxy M51 eigentlich durchaus überzeugen. Alltägliche Dinge wie das Starten und Schließen von Apps, Surfen, Videos schauen oder Scrollen gelingend flüssig und ohne größere Verzögerungen oder Googler. Bei der Konkurrenz aus China bekommt ihr in dem Preisbereich aber eben oft schon den 5G-fähigen Snapdragon 765 oder gar den Snapdragon 865. Xiaomi verbaut den Snapdragon 732G, also den Nachfolger des 730ers, im Poco X3 NFC und das kostet halt nur 200 Euro. Aber wie gesagt, aktuell merkt man noch nicht, dass der Prozessor schon etwas älter ist. Allenfalls bei aufwändigen Spielen fällt auf, dass die Grafik noch besser und die Framerates höher sein könnten. Das wird in Zukunft sicher noch relevanter werden, aber Stand jetzt könnt ihr mit dem Galaxy M51 die meisten Spiele problemlos zocken. Ein Highlight dieses Smartphones ist definitiv das Display. Die Auflösung reicht absolut aus, im Alltag erkennt man nur seltene einzelne Pixel. Farbdarstellung und Farbechtheit sind hervorragend, das bekommt ihr in der Preisklasse bei keinem anderen so gut. Tolle Kontrastwerte, tolle Schwarzwerte und ein für OLED guter Weiswert Wissen zu überzeugen. Das Beste ist aber die Helligkeit. Gerade im Automatikmodus bei direkter Sonneneinstrahlung gibt es nochmal einen deutlichen Boost, sodass man das Display in quasi jeder Situation problemlos ablesen kann. Das Display ist so gut, dann nehme ich es Ihnen auch nicht übel, dass es nur mit 60 Hertz läuft. Kommen wir zur Kamera. Auch hier erwartet euch bei der UI viel Altbekanntes. Alle wichtigen Modi wie der Pro-Modus, der Nachtmodus, ein paar Drehmodus und sogar Samsungs Single-Take sind mit an Bord. Die Bildqualität der Weitwinkelkamera geht in Ordnung. Bei guten Lichtbedingungen liefert sie definitiv einen Mehrwert. Die Automatik übertreibt es aber oft mit der Sättigung und generell gibt es in der Preisklasse auch schon bessere Weitwinkelkameras. Die Hauptkamera kann bei guten Lichtbedingungen ebenfalls überzeugen. Hier ist die Farbwiedergabe besser und realistischer. Dazu gesellt sich ein wirklich ordentlicher Dynamikumfang. Die Bildschärfe könnte bei ganz genauem Hinschauen etwas höher sein, aber das geht für den Preis vollkommen klar. Bei der Low-Light-Performance schlagen sich andere Geräte in dem Preisbereich aber definitiv besser. Das M51 ist hier zwar auch definitiv kein Totalausfall, aber die Aufnahmen werden dann doch vergleichsweise dunkel und verrauscht. Und im Nachtmodus übertreibt Samsung es mit den Kontrasten. Das geht besser. Die Makrokamera ist in meinen Augen dann aber doch wieder ein ziemlicher Ausfall. Die Aufnahmen werden oft unscharf und die Farben wirken ausgewaschen. Das macht Xiaomi beim Poco F2 Pro beispielsweise deutlich besser. Videos können in 4K mit maximal 30fps aufgenommen werden und können sich durchaus sehen lassen. Das macht die Konkurrenz in der Preisklasse überwiegend auch nicht besser. Positiv überrascht hat mich die Frontkamera. Bildschärfe und Farbedingabe sind hier für Samsung-Verhältnisse und in Anbetracht des Preises gar nicht mal so schlecht. Das gefällt mir auf jeden Fall besser als bei der aktuellen A-Reihe. Empfang und Sprachqualität können Samsung typisch ebenfalls überzeugen. Hier hat das M51 kaum Schwächen. Der Vibrationsmotor ist aber mitunter ziemlich laut und etwas unangenehm und 5G fehlt natürlich ebenfalls. Jetzt kommen wir aber endlich zum absoluten Alleinstellungsmerkmal dieses Smartphones. Wer hätte es gedacht, es ist natürlich die Akkulaufzeit. 7000 mAh und der effiziente Prozessor sorgen dafür, dass sogar ich mit diesem Smartphone 3 Tage schaffe und das relativ problemlos. 13,5 bis 14 Stunden Display-On-Time sind hier absolut problemlos möglich. Das sind komplett surreale Zahlen und definitiv die beste Akkulaufzeit aller Geräte, die ich auf diesem Kanal jemals vorgestellt habe. Also hier kann ich nur sagen, Chapeau Samsung. Positiv überrascht war ich auch von den Ladezeiten mit dem mitgelieferten Netzteil. Nach 45 Minuten ist der Akku bereits halb voll. Nach knapp 2 Stunden ist er komplett geladen. Das geht für die Größe absolut in Ordnung. Nur Wireless Charging wird natürlich nicht unterstützt. Und damit wären wir dann auch schon wieder beim Fazit angelangt. Und ich beginne natürlich erstmal mit den Punkten, die für das Galaxy M51 sprechen. Da habe ich als erstes die Verarbeitung und den Formfaktor stehen. Was meine ich damit? Die Verarbeitung ist Samsung typisch klasse. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Mit Formfaktor meine ich, dass es für 7000 mAh erstaunlich handlich ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hätte mir das viel, viel schlimmer vorgestellt. Da haben die Ingenieure auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Der nächste Punkt ist dann die gute Alltagsperformance und die ordentliche Hauptkamera. Weil ich auf beides, auch bei der Contra-Liste nochmal zu sprechen komme, möchte ich das hier auch positiv erwähnen. Alltägliche Dinge, ich habe es ja schon aufgezählt, kann man problemlos und sehr flüssig machen. Und die Kamera ist definitiv ordentlich, würde ich jetzt mal sagen, wenn man den Preis mal außen vor lässt. Der nächste Punkt ist dann ganz klar das sehr gute Display. Vor allem die Farbdarstellung und die hohe Helligkeit sind hier ganz klar ein Highlight. Da habe ich nicht wirklich was zu kritisieren für 370 Euro. Dann haben wir natürlich die überragende Akkulaufzeit. Das ist nochmal fett hervorgehoben. Das ist das große Alleinstellungsmerkmal. Da kommt aktuell niemand an das Galaxy M51 ran. Und der letzte Punkt sind dann wieder ein paar kleinere Pro-Punkte zusammengefasst zu einem großen. Wir müssen uns nicht zwischen Dual-SIM und einer MicroSD unterscheiden. Wir haben 128 GB internen Speicher. Wir haben nach wie vor einen Klinkenanschluss und einen wirklich ordentlichen Fingerabdrucksensor. Neutral bewerten würde ich dann den Lautsprecher und die Weitwinkelkamera. Ja, ab und an gibt es in der Preisklasse auch schon Stereo-Lautsprecher und bessere Weitwinkelkameras. Aber überwiegend ist das halt einfach Durchschnitt und deshalb neutral. Die Contra-Liste wird dann angeführt von der anfälligen Hochglanz-Rückseite. Wie gesagt, wir haben es ja jetzt zum Beispiel beim Note 20 gesehen, beim S20 FE. Es ginge ja auch ganz einfach mit einer Mattenrückseite aus Kunststoff. Das fühlt sich viel besser an, ist nicht so anfällig für Kratzer oder Fingerabdrücke. Das hier ist aber nicht unbedingt die beste Lösung. Der nächste Punkt ist dann die Low-Light-Performance. Die hat durchaus Luft nach oben. Also für 370 Euro geht das definitiv besser. Zeigen auch viele andere. Ich habe lange überlegt, aber das dann doch dazu geschrieben, weil ich das auf jeden Fall nochmal betonen wollte. Dann habe ich geschrieben, Updates? Naja, in der Vergangenheit war es halt so, dass die M-Reihe bei Updates eher stiefmütterlich behandelt wurde. Sie kamen zwar meistens, es hat dann aber oft ziemlich lange gedauert, auch Sicherheits-Updates. Das geht bei der A-Reihe, also bei der S-Reihe sowieso, aber bei der A-Reihe doch etwas schneller. Deshalb setze ich hier mal ein Fragezeichen hin. Gut, das ist hier jetzt auch ein teureres Gerät. Das waren die anderen alle nicht. Aber mal abwarten, das macht mir noch so etwas Sorgen. Den letzten Punkt habe ich dann in Klammern gesetzt. Es ist der Prozessor. Prinzipiell ist das ein grundsolider Prozessor, der sehr effizient ist und alltägliche Dinge locker schafft. Aber die Konkurrenz verbaut halt in der Preisklasse überwiegend schon bessere, schnellere Prozessoren, teilweise schon mit 5G. Und wie gesagt, Xiaomi für 200 Euro einen aktuelleren Prozessor. Ich finde, das muss man schon ansprechen. Aber weil es aktuell halt nicht wirklich ein Kritikpunkt ist, habe ich das mal in Klammern gesetzt. Das Galaxy M51 ist im Prinzip ein grundsolides Mittelklasse-Smartphone, dessen UVP von 370 Euro Samsung-typisch vielleicht einen Tick zu hoch angesetzt ist. Wäre dann nicht dieser gigantische 7000 mAh starke Akku. Bei der Akkulaufzeit deklassiert es wirklich die komplette Konkurrenz. Und wer wirklich viel Wert auf so eine gigantische Akkulaufzeit legt, dem kann ich das M51 wirklich auf ganzer Linie weiterempfehlen. Für den führt an diesem Smartphone eigentlich kein Weg vorbei. Und dann lohnt sich auch dieser Preis von 370 Euro. Ich bin eh gespannt, wie sich die Preise entwickeln. Viele haben unter dem Unboxing schon geschrieben, der wird Samsung-typisch sicher schnell fallen. Ja, normalerweise schon. Aber aktuell gibt es das Galaxy M51 immer noch nur im Samsung-Online-Shop. Und generell ist es bei der M-Reihe so, dass die Preise nicht so schnell und so stark sinken. Aber mal schauen, es kommt ja jetzt an die Weihnachtszeit und so weiter. Da kann man dann sicherlich auch noch ein Schnäppchen machen. Klar, bei der Konkurrenz bekommt ihr natürlich für den gleichen Preis 5G, teilweise auch schon 90 Hertz, natürlich einen stärkeren Prozessor oder auch ein hochwertigeres Gehäuse. Aber diese geniale Akkulaufzeit kann euch halt aktuell kein anderer bieten. Wer aber vielleicht nicht unbedingt diese umwerfende Akkulaufzeit braucht, die das Galaxy M51 liefert und sagt, hey, ich bin auch mit 1,5 bis 2 Tagen zufrieden, der sollte sich unbedingt auch das Galaxy A71 anschauen von Samsung. Hardware-technisch sind sich die beiden bis auf den Akku eben sehr, sehr ähnlich. Das Galaxy A71 ist aber breitflächiger erhältlich, schon länger erhältlich und dadurch eben auch mittlerweile problemlos für 300 Euro oder sogar noch weniger zu bekommen. Also wie gesagt, wenn man nicht unbedingt diesen 7000 mAh starken Akku braucht, ist vielleicht das die beste Wahl, wenn man Wert auf den Prozessor legt, aufs Display und so weiter. Dann gibt es auf jeden Fall Smartphones, die dem Galaxy M51 vorzuziehen sind. Aber wer eben die bestmöglichste Akkulaufzeit aktuell möchte, für den führt an diesem Smartphone kein Weg vorbei. Ich bin da auf jeden Fall nach wie vor angetan. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.